Im heutigen Video geht es um den UART als Peripherieeinheit. Ich habe ja schon mal ein Video zum UART gemacht, da ging es eher ums Protokoll. Und heute schauen wir uns mal die Peripherieeinheit an. Dafür habe ich hier einen Mikrokontroller aufgezeichnet. Und hier dieser untere Block ist der UART. Und da oben habe ich noch die CPU dazu eingezeichnet. Die sind über einen Datenbus miteinander verbunden, so können sie kommunizieren. So kann beispielsweise die CPU in die Register vom UART schreiben. Neben dem UART gibt es noch andere Peripherieeinheiten zur Kommunikation, beispielsweise SPI oder iQuadrat C. Den UART nimmt man jetzt beispielsweise zur Kommunikation mit einem PC. Das ist ein Szenario, man kann auch mit einem anderen Baustein kommunizieren. Und wenn man mit einem PC kommunizieren will, nimmt man typischerweise so einen Adapter UART to USB, weil die PCs natürlich alle einen USB-Anschluss haben und das ganz praktikabel ist. Ein Hauptpunkt, den man einstellen muss bei der UART-Einheit und auch an der Gegenstelle, also beide UART-Komponenten, die miteinander kommunizieren, ist die Bautrade. Das macht man hier an der Peripherieeinheit natürlich über Register. An dem PC kann man das beispielsweise, also da kommt es darauf an, was für ein Programm man verwendet. Eins davon wäre PUTTI, da kann ich hier mal kurz einblenden. Da gibt es dann auch dieselbe Einstellung, um die Bautrade einzustellen. Warum ist das wichtig, dass beide gleich sind? Ich habe das hier mal aufgezeichnet mit der Bautrade, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir hier, wir konzentrieren uns jetzt auf das obere Signal, haben als erstes einen Idle-Zustand und irgendwann kommt das Startbind. Das Startbind ist einfach der invertierte Idle-Zustand, so erzeugen wir immer eine Flanke. Also es dreht sich um hier die Flanke. Und auf diese erste Flanke synchronisiert sich jetzt der Controller. Und was heißt synchronisieren? Er nimmt diese Flanke und weiß ja die eingestellte Bootrate, also beispielsweise 9600 Boot pro Sekunde. Und dadurch, dass er das weiß, weiß er jetzt auch, wie lange die Dauer von einem halben Symbol ist. Und das nutzt er auch. Und zwar guckt er nach einer halben Symbollänge, was ja bedeutet, dass das genau in der Mitte vom ersten Symbol ist. Und er guckt an dieser Stelle, was ist dort für ein Wert und sieht, okay, hier habe ich einen Low-Pegel, das ist beispielsweise der Wert 0. Das ist mein Startbit, das ist immer Wert 0. Und dann kommen meine 8 Datenbits. Da guckt er jetzt auch jeweils wieder, dann sieht er hier beim ersten Bit ist es 0. Die dazwischen habe ich jetzt mal nicht alle aufgeführt. Bei Bit 7 ist es eine 1, Bit 8 ist wieder eine 0. Und dann kommt zum Ende wieder das Stopp-Bit, was bedeutet, dass der Pegel wieder auf den Idle-Zustand gehoben wird. Schauen wir uns jetzt kurz an, was passiert, wenn die Bautraten nicht aufeinander abgestimmt sind. Gehen wir davon aus, dass die vom Mikrocontroller jetzt beispielsweise zu hoch eingestellt ist und der Mikrocontroller sendet an den PC. Also der PC hat beispielsweise 9.600 und beim Mikrocontroller sind es, warum auch immer, 10.000. Dann ist es so, dass der PC wieder bei der ersten Flanke sich aufsynchronisiert. Dieses Aufsynchronisieren ist wichtig, weil wir halt eine asynchrone Kommunikation haben. Das sagt ja das Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Wären wir synchron, hätten wir einfach eine Taktleitung, die uns einen Takt vorgibt. Dann wüssten wir, wann wir das Ganze, wann wir zu samplen haben. So machen wir das mit der ersten Flanke und machen im Prinzip das gleiche wie oben, tasten zu den festen Abständen ab, weil wir gehen ja davon aus, dass wir 9.600 als Bautrat haben. Dadurch, dass der Mikrocontroller aber schneller sendet, ist er auch früher fertig. Und das führt jetzt zum Beispiel bei dem letzten Bit, also der Fehler summiert sich immer weiter auf. Und das kann dann dazu führen, dass beim letzten Bit, das achte, hier schon der Idle-Zustand anliegt. Dabei sollte da eigentlich das achte Bit kommen, was ja hier wäre. Und somit kommt es zum Fehler. Und das Datenwort wird einfach von dem PC falsch eingelesen. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn der Mikrocontroller zu langsam sendet, passiert das Gleiche. Wieso ist das jetzt so? Da habe ich mal die Fehlerquellen aufgeschrieben. Das erste ist der Oszillator. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt den internen RC-Oscillator nehme, der ist weder temperaturstabil, noch ist er so genau wie ein Quarz-Oscillator beispielsweise. Wenn ich jetzt einen Quarz-Oscillator habe, habe ich damit schon mal in der Regel keine Probleme, weil der Fehler da so gering ist, bei dem RC-Oscillator, da hat man schnell mal 2% Fehlerrate oder höher. Ein zweiter Punkt sind die Taktteiler. Und zwar, da muss ich jetzt schauen, was die Peripherieeinheit hier mir an Teiler zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt beispielsweise 16 MHz Referenzfrequenz für die Peripherieeinheit bekomme und will eine Bootrate von einem MHz einstellen, kann ich durch 16 teilen. Das geht jetzt in der Regel immer, würde ich mal behaupten. Schwieriger wird es dann zum Beispiel schon, wenn ich 9600 mit demselben 16 MHz Referenzsignal einstellen will. Weil, wenn ich jetzt nur ganzzahlige Teile habe, dann kann ich 16 MHz nicht so teilen, dass ich genau 9600 erreiche. Deswegen entsteht hier schon mal ein Fehler. Dafür blende ich mal kurz hier ein Datenblatt ein, das ist jetzt vom Atmega 168. Und das ist in der Regel in vielen Datenblättern vorhanden. So eine Tabelle, die anzeigt, je nachdem, was ich für eine Oszillatorfrequenz habe, hier ist jetzt die Spalte mit 16 MHz rausgesucht, zeigt es die Fehlerraten bei den verschiedenen Bootraten an. Also, hier sind natürlich nur beispielhaft Bautraten aufgeführt, aber das sind auch die typischen, die man eigentlich einstellt. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, dass bei einem MHz die Fehlerraten 0% und wenn wir jetzt hier ein anderes Beispiel nehmen, sieht man, da sind die Fehlerraten dann schon höher. Als letzter Punkt will ich noch was zu dem FIFO-Puffer sagen und zwar, dafür nehmen wir einfach mal beispielsweise zwei Bautraten, die ich hier aufgezeichnet habe. 9600 und einen Megabout pro Sekunde. Das führt zu den Symboldauern von 100 Mikrosekunden pro Symbol bei 9600 und eine Mikrosekunde pro Symbol bei einem Megabout. Die Framedauer, also Frame ist jetzt bezogen auf die Bits, die ich brauche, um jetzt das eine Byte zu übertragen. Das kann unterschiedlich sein, also es müssen nicht immer 8 Datenbits sein, es könnten auch 5 sein. Typisch ist aber dieses 8 in 1 Kodierung. Da habe ich ein Startbit und ein Stopbit, das brauche ich immer. Und dann unsere 8 Datenbits sind insgesamt 10. Das heißt, wir können das mal 10 multiplizieren und sehen, dass ein Frame eine Millisekunde hier dauert und bei einem Megabout 10 Mikrosekunden. Warum habe ich das jetzt aufgezeichnet? Wenn jetzt ein PC zum Beispiel dauerhaft an U-Arts sendet mit den Bautraten, dann ist es ja so, dass in einem Fall mit einer Millisekunde immer ein neues Paket empfangen wird und im anderen Fall alle 10 Mikrosekunden. Bei jetzt kleineren Kontrollern beispielsweise oder bei vielen ist es so, dass die nur ein Empfangsregister haben und dementsprechend muss ich sicherstellen hier, zum Beispiel bei dem hohen Takt, dass ich alle 10 Mikrosekunden das Paket auch wirklich abhole. Wenn ich das nicht tue, dann kommt es hier zu einem Overflow und wir verlieren Pakete. Wie stelle ich das jetzt sicher, dass ich die alle 10 Mikrosekunden beispielsweise abhole? Zum einen, indem ich überprüfe, indem ich nicht in der Mail-Loop überprüfe, ob Daten vorhanden sind, sondern indem ich einen Interrupt anschalte, der sofort ausgelöst wird, sobald ein Paket empfangen wurde. Dann können uns quasi nur noch andere Interrupts blockieren, aber jetzt keine Rechenoperation, die beispielsweise 10 Millisekunden dauern und in einem ganz normalen Programmfluss ausgeführt werden. Und der zweite Punkt ist, dass ich die Daten im Interrupt nicht direkt verarbeite, sondern einfach erstmal zwischenspeichere. Und das ist dieser FIFO-Puffer, da habe ich auch nochmal ein extra Video zu gemacht. Und das ist eigentlich ein gängiges Konzept, dass man die erstmal in diesen Puffer speichert, weil beispielsweise kann man mit einem Byte auch nichts anfangen, wenn man jetzt Text sendet, zum Beispiel einen ganzen String, da brauchen wir ja erstmal 15 Zeichen beispielsweise. Und deswegen können wir die alle erstmal in diesen Puffer schreiben und dann in der Schleife, wenn wir dazu kommen, den Puffer auslesen und die Daten dort verarbeiten. So haben wir da sichergestellt, dass die Daten immer abgeholt werden von der Peripherieeinheit. Und klar, es kann immer noch zu Überläufen kommen, wenn jetzt zum Beispiel der FIFO voll wäre, da muss man sich halt drum kümmern, da muss man entweder sagen, dass man hier die Datenrate reduziert, weil der einfach viel zu schnell sendet. Da könnte man auch eine Flusskontrolle zusätzlich einbauen oder man muss den Speicher erhöhen. Das muss man dann je nach Anwendung nochmal nachschauen. Das soll es erstmal gewesen sein zu der Peripherieeinheit. Es ging hauptsächlich um die Bautrate und die Fehlerquellen, weil das ist einfach ein Hauptthema, was in jeder Peripherieeinheit zu konfigurieren ist. Es gibt auch noch andere Themen, die sind aber eher spezifischer, werden nicht so häufig eingesetzt und das hängt auch nochmal ab, was für einen Controller ich einsetze. Da gibt es dann, jeder Controller hat nochmal extra Features. Beispielsweise gibt es so Multimaster-Mode oder was es ja auch oft gibt, ist, dass es nicht nur ein UART ist, sondern US-Art. Also der kann dann auch einen Synchron-Modus, da gibt es dann wieder eine Taktleitung. Aber ja, das war das Hauptthema mit der Bautrate und nochmal Erwähnung mit dem FIFO-Puffer und wie gesagt, es wird dann auch ein Beispiel geben für die Implementierung für so eine Peripherieeinheit. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat die Tonaufnahme jetzt geklappt, sonst raste ich aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020